Was geht ab liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Abus Magomedov gegen Kayo Borayo war gestern bzw. heute Nacht und es war ein Kampf, der auf jeden Fall für Abus ein riskanter war. Er wusste es, als er diesen angenommen hat, dass dieser Kampf kein leichter sein wird. Sein Gegner war auf einer Vierkampf-Winning-Streak in der UFC, kam rein durch die Contender Series von Dana White und hat in seinen letzten Performances immer geglänzt. War vor allem am Boden immer sehr dominant. Im Stand sehr zögerlich, in diesem Matchup gegen Abus sah es ganz anders aus. Im Stand konnte Abus einiges entgegensetzen und Abus hatte im Allgemeinen nur wenig Antworten. Es war eigentlich über die ersten zwei Runden ein ausgeglichener Kampf. Man kann die erste Runde von diesem Matchup auf jeden Fall Abus Magomedov geben. Die zweite Runde würde ich seinem Gegner geben, aufgrund dessen, weil sich bei Abus ein Cut gebildet hat. Das war auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt für die Runde, weil die signifikanten Treffer halt bei Kayo Borayo dann mehr Damage bei Abus gemacht haben als andersherum. Plus in der dritten Runde des Kampfes war es dann der Fall, dass Kayo Borayo letztendlich einfach den Takedown bei Abus bekommen hat. Warum? Er hat ihn tatsächlich müde gemacht. Also Abus hatte in der dritten Runde keine Luft mehr. Die Kondition war weg. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob es da jetzt irgendwie gezielt an einem Lebertreffer lag oder ob allgemein die Kondition einfach nicht mehr da war, weil er sich in den ersten zwei Runden verausgabt hat, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall hat sein Gegner das direkt gesehen. Ich habe es auch, als ich den Kampf geguckt habe, direkt gemerkt, Abus hat erstmal einen richtig dicken Atemzug genommen durch den Mund. Und dementsprechend hat man einfach dann deutlich gesehen, dass die Luft raus war. Er ist genau wie beim Sean Strickland-Kampf dann Richtung Cage gelaufen, stand mit dem Rücken zum Cage. Sein Gegner hat Schläge gefeuert, hat ihn eingedeckt. Abus ist da leicht zu Boden gegangen und sein Gegner wollte dann die Guillotine ansetzen. Und ja, Abus ist rausgescrambled, aber dann hatte sein Gegner ihn einfach bis zum Ende der Runde kontrolliert. Er konnte Abus nicht finishen, konnte ihn nicht submitten, aber hat einfach die dritte Runde total dominant gewonnen. Ja, viele Fans in den USA sagen auch, dass die Kondition deutlich das Problem war bei Abus Magomedov bei dieser Performance. Finde ich schade. Also ich finde, Abus hätte deutlich mehr machen können in den ersten zwei Runden, war aber irgendwie ein bisschen zu zögerlich. Vielleicht zu respektvoll, hat zu viel abgewartet, wollte vielleicht auch weniger machen aufgrund des Strickland-Kampfes beim letzten Mal. Aber er hätte mit deutlich mehr Aktivität möglicherweise die ersten zwei Runden gewinnen können und dann den Kampf mit nach Hause nehmen können. Was schade ist, hätte mich für Abus sehr gefreut. Jetzt bin ich gespannt, wie es für ihn weitergeht. Sein Gegner wird vermutlich jetzt einen Top-Ten-Fight bekommen und was Abus bekommt, werden wir sehen, Freunde. War auf jeden Fall trotzdem ein hart umkämpfter Kampf. Er wurde nicht gefinisht, aber wie gesagt, die dritte Runde seines Gegners war sehr, sehr dominant. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei Notime. Bis zum nächsten Mal.